Hallo, die Kollegen, die hier abholen. Ja, hi Leute, wir sind hier in Siegen. Heute war auch wieder Comedy Night Siegen gewesen, wundervolle Show. Ja, teilweise sind wir gestern auch aus der Schweiz gekommen. Ja, klar. Ja, auch Haunau waren auch Leute hier gewesen. Ja, ich habe jeden mal mehr Groupies, jeden mal mehr. Das ist der Tanni-Wann-Effekt. Nein, es war wirklich eine wundervolle Show gewesen. Sag euch mal, Siegen, wie hat euch gefallen? Bam, danke schön. Es war eine wundervolle Show gewesen. Heute waren dabei Matthias Stephan. Monika Siegwig. Und Nadine Andrivenko. War wundervoll. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.